Jens Hegeler ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2014 15. beim Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag steht. Karriere Der Abwehr- und Mittelfeldspieler spielte zu Beginn seiner Laufbahn in den Jugendmannschaften des SV Westhofen, der SPVGG Ports, der Jugendabteilung des 1. FC Köln, den Jugendmannschaften von Psyjoertum Sport Köln und des VfL Leverkusen. Ehe er sich 2006 Bayer 04 Leverkusen anschloss. Dort spielte er seit seinem Debüt am letzten Spieltag der Saison 2006 07 hauptsächlich für die Regionalligamannschaft des Vereins. Unter Trainer Michelski bekam er am 10. Mai 2008 beim 2-1-Sieg im Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock zu seinem Bundesligadebüt, als er für den verletzten Lukas Sinkiewicz in der 50. Spielminute eingewechselt wurde. Sein Debüt dauerte jedoch nur 3 und 30 Minuten, ehe er kurz vor Spielende mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In der Rückrunde der Saison 2008 09 wurde Hegeler, um Spielpraxis zu sammeln, für anderthalb Jahre an den Zweitligisten FC Augsburg verliehen. Am 2. Mai 2010 sorgte er mit seinem ersten Tor für den FC Augsburg nicht nur für den 1-0-Sieg im Heimspiel gegen den TSV 1860 München, sondern sicherte seiner Mannschaft den Relegationsplatz um den Aufstieg in die Bundesliga. Nach Ablauf der Leihfrist kehrte Hegeler nur kurz nach Leverkusen zurück, ehe er am 13. Juli 2010 für zwei Jahre vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg ausgeliehen wurde. Gleich am ersten Spieltag, am 21. August 2010, erzielte er beim 1-1 Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Tor für den Klub und gehörte über die ganze Saison. 2010 Elftel zu den zuverlässigsten Spielern des Teams. Er war einer von drei Spielern, die in dieser Spielzeit in allen 34 Liga und den vier Pokalbegegnungen eingesetzt wurden. Zur Saison 2012-13 kehrte er nach Leverkusen zurück. Sein Debüt in der Champions League krönte Hegeler am 2. Oktober 2013 im 2. Gruppenspiel gegen Real Sociedad mit dem 2-1-Siegtreffer per Freistoß in Der 90. Minute, fünf Minuten nach seiner Einwechslung für Sydney Sem. Am 8. Mai 2014 wurde bekannt gegeben, dass er in der Saison 2014-15. bei Hertha BSC spielen wird. Am 11. August 2009 debütierte er für die U21-Nationalmannschaft bei der 1-3-Niederlage gegen die Auswahl der Türkei im Rahmen des Turniers um den Lobanovski-Pokal in der Ukraine mit Einwechslung für Nils Petersen in der 59. Minute. Erfolge Deutscher A-Juniorenmeister 2007 Sonstiges Mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft nahm er an den vom 14. bis 21. Oktober 2007 in Heiderabad ausgetragenen 4. CIA-SM-Militärwelt-Spielen teil. Das Fußballturnier war für ihn und seiner Mannschaft nach dem 1-1-Unentschieden gegen Kamerun und der 1-3-Niederlage gegen Nordkorea bereits nach. Der Vorrunde beendet. Der Vorrunde beendet.